an der tag der erde sind andere leute auf andere neue idee gekommen zum beispiel ein raucherservice für einen freibad strand jeder nimmt sich so ein stecker mit schmeißt hier seine zigaretten stummel hinein leerte sie am müllkorb und tut es wieder zurück und alles kostenlos man muss es nur benutzen und